Heute bauen wir vier richtig coole Spinner mit CSS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um CSS bzw. um reines CSS. Wir werden heute nämlich vier Spinner bauen. Was heißt, jeder von euch kennt das, wenn man irgendwas lädt oder irgendwas im Hintergrund gerechnet wird oder sowas, dann sieht man einen Spinner, der sich so endlos wiederholt. Wir werden heute vier Stück bauen mit CSS. Diese sind nicht schwer, nicht komplex, sondern können sehr leicht von euch nachgemacht und verändert werden. Das Ganze ist ziemlich cool. Wer trotzdem Fragen oder Probleme hat unten in der Videobeschreibung, ganz oben findet sich hier einen Link zu Discord. Da könnt ihr da Community-Join Fragen beantworten, selbst Fragen stellen oder einfach mal Hallo sagen und sich austauschen. Grundsätzlich, wie immer, findet ihr den Code hierzu unten in der Videobeschreibung auf CodePen. Und ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's! Ihr seht hier natürlich wie immer schon die Live-View bzw. das, was wir heute machen werden, und zwar vier CSS-Preloader. Diese vier Stück hier, die sind nicht sonderlich schwer, machen aber einiges her. Ihr könnt sie in jedem Projekt verwenden, wenn ihr damit ein bisschen rumspielen wollt. Findet ihr den Code unten in der Videobeschreibung in CodePen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Also, viel Spaß! So, wie bauen wir den ersten Loader? Hier seht ihr wie immer meine Standardumgebung. Die sieht auch bei allen anderen so aus. Das heißt, wir werden bei jedem Loader quasi bei 0 starten und ich werde jedes Mal auf diesen Start zurückbringen. Wer das nachbauen möchte und in der Videobeschreibung ist das alles verlinkt, wie ihr hier diesen Baum verstehen müsst. Ansonsten brauchen wir das heute nicht. Deswegen mache ich zu. Wir haben nämlich hier unsere Index-HTML, in dem relativ wichtig unsere Style-CSS geladen wird. Unsere JavaScript-Datei wird auch geladen. Diese brauchen wir aber nicht, deswegen lösche ich die hier mal raus. Und hier haben wir eine fast leere SAS-Datei. In der habe ich schon einiges an Boilerplate von mir reingeschrieben. Das ist aber nicht sonderlich wichtig. Ich mache das mal ein bisschen größer, dann sieht man das besser. So, also wie bauen wir unseren ersten Loader? Das war ja so ein Punkt, der immer so hin und her fliegt quasi und dabei größer und kleiner wird. Was heißt, wir brauchen, ja, um anzufangen, erstmal ein bisschen HTML. Und dazu sagen wir jetzt, wir brauchen einen Div-Container. Dieser Div-Container bekommt von uns jetzt Loader minus 1. Und das ist im Prinzip einfach nur, dass es der erste Loader ist. Ich werde den Code hier natürlich hinterlegen und ihn später halt hochladen. Der nächste, was wir brauchen, ist unser eigentlicher Loader, was heißt eine Div-Box, in dem unsere Animation quasi liegt. Hier sage ich jetzt Loader minus Ball minus 1. Das ist unsere erste Div-Box. Kopiere das, mache eine zweite Div-Box, benenne das hier um, dass wir einen zweiten Ball haben, den wir hier auch einzeln ansprechen können, um die Animation ein bisschen besser zu steuern. Und was wir auch machen wollen, ist, wir haben hier unsere Animation. Hier drunter mache ich einen P-Tag, wo Loading drin steht. So, das Ganze speichere ich jetzt ab und wir sehen, dass hier in der Mitte so ganz schwach jetzt Loading steht. Das hat den Grund, weil ich hier in CSS alles schon zentriere mit Display-Flex. Und wir können jetzt hier anfangen und das Ganze mal ein bisschen gestalten. Wir haben ja als erstes die Klasse Loader 1 definiert und hier wollen wir dafür sorgen, dass alles zentriert ist. Was heißt, wir kopieren uns einfach mal eben diese drei Befehle hier rein und nutzen Display-Flex, also CSS-Flex, damit wir alles in der vertikalen und horizontalen zentrieren. Außerdem wollen wir, dass alles untereinander steht. Was heißt, wir wollen hier später, dass unsere Kugel, die immer so hin und her geht und unser Text, der schon hier steht, perfekt untereinander stehen. Und das machen wir mit Flex und dann Minus Direction und sagen hier Column. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Und das nächste, was wir brauchen, ist, wir definieren unsere Loader-Klasse. Diese haben wir ja, das ist ja im Prinzip unsere Def-Box, die hier drin liegt. Und die stellt den Rahmen für unsere beiden Kugeln dar, die wir hin und her fliegen lassen wollen. Deswegen sagen wir jetzt als erstes mal Weite 5 Rem. Wir sagen Höhe 5 Rem. Und wir sagen auch hier Position Relative. Das Ganze speichere ich hier ab. Man sieht jetzt nichts. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal Background-Color und definieren hier einfach mal Red. Speichern das Ganze ab und haben jetzt, wie ihr seht, hier einen Container. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen Punkt Loader-Ball-1. Hier sagen wir jetzt einfach mal Background-Color-Prime, weil wir wollen ja später einen runden Ball haben. Das war natürlich falsch. So, Prime sagen Border minus Radius 50% und sagen hier, ja, wie groß machen wir die jetzt? Sagen wir mal 3 Rem. Hier sagen wir auch 3 Rem, speichern das Ganze ab und haben jetzt hier einen Ball, der jetzt hier in der Mitte ist. Ist nicht so optimal. Also das können wir definitiv besser machen. Deswegen machen wir die jetzt erst mal einfach auch auf 3. Das heißt, dass die gleich groß sind. So, perfekt. Und das nächste, was wir machen, ist, ihr habt hier schon gesehen, wir haben Position Relative vergeben. Das heißt, wir müssen unseren Ball positionen und dann mit Absolute absolut positionieren und sagen hier Top 0 und Left 0. Es sollte sich jetzt nicht verändern, weil wir haben jetzt unseren Ball einfach nur hier oben in der Ecke positioniert. Der Vorteil ist jetzt aber, wenn wir unseren zweiten Ball nehmen und den hier definieren, haben wir die Attribute an den zweiten Ball weitergegeben und die liegen jetzt perfekt übereinander. Das heißt, hier habe ich nicht nur einen Ball drin, sondern eben zwei. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren mal kurz unseren P-Tag, der darunter zu vorfinden ist und sagen Color White. Jetzt sollte gleich unsere Schrift weiß werden. Eigentlich, warum wird sie nicht weiß? Weil es hier nicht ein Loader ist. Was heißt, das müssen wir eine Ebene runter machen. Jetzt ist sie weiß. Und jetzt mache ich noch ein paar andere Attribute. Zum Beispiel sage ich jetzt so etwas wie Text Align Center. Ist eigentlich überflüssig, weil wir es eben mit Column und Center sowieso so definieren. Aber wir sagen Text Decoration, beziehungsweise nicht Decoration, sondern wir sagen Transform Uppercase. Was heißt, wir wollen, dass das alles groß ist. Wir wollen auch, dass es ein bisschen besser aussieht. Deswegen sagen wir Letter Spacing, also der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben auf 0,8. Das ist ein bisschen sehr riesig. Machen wir 0,6. 0,2. Das ist zu wenig. Machen wir 0,4. So, und natürlich zum Abschluss sagen wir noch von Size 1.4 Rem. Da wird das Ganze ein bisschen, das ist eigentlich zu groß sogar. Machen wir mal 0,8. So, einfach, dass es ein bisschen kleiner ist. Jetzt haben wir unseren Ball, wir haben unseren Text. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist unsere Animation. Das Ganze ist ziemlich einfach und dafür brauchen wir einfach nur CSS Animations. Das machen wir in SAS so, dass wir sagen Add und dann sagen wir Keyframes. Da wird das vorgeschlagen und hier sage ich jetzt Move Animation. Das so heißt unsere Animation und ich sage bei 0% soll etwas passieren. Und zwar sage ich Transform und dann Translate und wir wollen das auf der x-Achse verschieben und sagen jetzt hier einfach minus 300% und sagen hier Scale einfach mal 1. Und jetzt machen wir etwas und zwar sagen wir jetzt, okay, bei 0 haben wir diese Position und exakt dasselbe haben wir auch bei der letzten Position, also bei 100, sodass wir eine Endlosschleife quasi hinbekommen. Und hier sagen wir jetzt einfach nur, okay, auf der Mitte, sagen wir, okay, er ist genau in der anderen Richtung 300%, aber hier sind wir jetzt bei 50% und jetzt brauchen wir natürlich noch so eine Art Zwischenstep. Und das können wir ganz einfach sagen und zwar sagen wir hier 25%, da soll er nämlich bei 0 sein und nicht 1 groß, sondern 0.5. Das kopieren wir uns jetzt und sagen dasselbe bei 75% auch, das heißt bei einem Drittel der Strecke soll der ebenfalls in der Mitte sein und nicht mehr ganz groß. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, wird der eine oder so denken, na, es passiert jetzt hier eh nichts, weil ja, es kann nichts passieren. Wir haben unsere Animation hier noch nicht vergeben. Und als erstes sage ich hier Animation, verlinke unseren Namen, sage dann, okay, das Ganze soll vier Sekunden dauern, soll Infinite laufen. Und das Ganze speichern wir jetzt mal ab und ihr seht jetzt, das funktioniert doch schon wunderbar. Unser Balken, also unser Ball springt so von links nach rechts, das ist vielleicht ein bisschen weit, sagen wir mal 150 in beide Richtungen. Das sollte auch reichen, so das sieht doch schon mal besser aus, nicht ganz so riesig. Allerdings sieht man nur einen Ball, wo ist der andere? Irgendwie fehlt hier einer. Und jetzt nehmen wir nämlich hier oben einfach unseren Ball und kommen hierzu, dass wir jetzt nämlich jedem Ball quasi eine eigene Animation geben. Und zwar sagen wir, Ball 1 startet quasi jetzt direkt und der zweite startet, wie ihr seht, jetzt ein bisschen versetzt. Wenn ich das Ganze abspeichere, ist das jetzt so ein bisschen hintereinander. Wir können jetzt sogar dafür sorgen, dass das Ganze noch ein bisschen stärker versetzt ist. Jetzt ist es so ein bisschen, ja, um zwei Sekunden versetzt. Wenn wir es um vier Sekunden versetzen, dann haben wir wieder diesen selben komischen Effekt. Deswegen sage ich jetzt zwei, sodass sich das so ein bisschen spiegelt, so die andere Richtung, dass man hier einfach so eine Bewegung der einzelnen Kugeln drin hat. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist dieser rote Hintergrund natürlich. Den müssen wir wieder rauslöschen. Der war ja einfach nur zur Verdeutlichung da. Das heißt, wir haben jetzt hier eine wunderbare Animation. Ich glaube, die in meinem Trailer sahen ganz ein bisschen anders aus, aber ich finde es so eigentlich ehrlich gesagt besser. Und hier haben wir schon mal zwei Punkte, die wir wunderbar nutzen können. So, auch bei unserem zweiten Loader brauchen wir natürlich als erstes mal ein bisschen HTML. Und hier sagen wir da auch für einen Div-Container mit der Klasse Loader 2. Und hier sage ich jetzt, okay, wir brauchen wieder eine Div-Klasse mit Loader. Und hier drin sage ich jetzt Div.loader-bar-1. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt dreimal und benennen natürlich die einzelnen Klassen um, sodass wir drei individuelle Klassen haben und speichern das Ganze ab. Das nächste, was wir machen, ist auch wieder hier in unserem CSS-File müssen wir jetzt natürlich ein bisschen was erweitern. Und zwar sagen wir jetzt hier auch wieder Punkt Loader, allerdings minus 2. Hier sage ich Display ebenfalls wieder Flex. Was heißt, auch das können wir eigentlich von hier oben schlichtweg kopieren, weil das ist exakt derselbe Code. Und zwar zentrieren wir in diesem wieder alles, allerdings sagen wir hier auch wieder Flex Direction Column. Und was wir jetzt brauchen, ist unsere Loader-Klasse, wo wir jetzt erst mal sagen, okay, dass diese Klasse ist 10 Rem weit. Außerdem sagen wir, definieren wir eine Höhe, in unserem Fall 5 Rem. Machen hier auch wieder einfach mal Background Color Red, damit wir was sehen. Jetzt haben wir hier unseren Container quasi und hier sage ich jetzt, okay, das müssen wir jetzt manipulieren und sagen als erstes einfach mal Div-Container. Was heißt, wir wollen jetzt mal alle Div-Container da drin ansprechen und sagen Margin 0 nach oben, 0 nach rechts, 1 Rem nach unten und auch 0 nach links. Jetzt haben wir hier drin die Div-Container schon mal ein bisschen beeinflusst und können jetzt sagen, okay, wir wollen denen auch noch eine Background Color geben, nämlich in unserem Fall einfach mal White. Außerdem sagen wir Border minus Radius, 2 Rem. Wir wollen einfach, dass die abgerundet sind. Auch wollen wir sagen, okay, die Höhe von denen ist 1 Rem. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab und jetzt haben wir hier schon drei Balken. Wir wollen jetzt natürlich nicht, dass alle Balken gleich aussehen, sondern Loader minus Bar minus 1. Diesen machen wir jetzt beispielsweise einfach mal nur 5 Rem weit. Das heißt, der ist schon mal ein bisschen kleiner und das Ganze können wir uns jetzt kopieren und machen das hier unten dreimal. 1, 2 und sagen, okay, zack, zack und sagen, okay, der zweite ist 8 Rem groß und der letzte ist mal ein ganz kleiner. Der ist einfach nur 3 Rem. Das Ganze speichere ich jetzt ab und jetzt haben wir drei unterschiedliche. Ihr seht jetzt allerdings ein kleines Problem und zwar, dass diese sich hier hinsetzen, aber nicht so richtig zentriert sind. Das liegt ein bisschen daran, dass wir hier einen Loader haben, dieser Loader aber nicht unsere Attribute bekommt. Was heißt, das müssen wir hier nochmal einfügen. Und in dem Moment sollte jetzt eigentlich alles zentriert sein. Hat wunderbar funktioniert. Alles ist zentriert. Wir können jetzt hier auch unsere rote Farbe rauslöschen, weil die brauchen wir nicht mehr und speichern das Ganze ab. Was jetzt fehlt, ist wieder unsere Animation bzw. wir brauchen dieses Mal mehr Animation. Wir sagen hier wieder Keyframes und sagen Loader minus Bar minus 1 als Name. Definieren hier 0%, sagen Transform, Translate auch wieder X und sagen hier jetzt minus 30 Pixel bzw. minus 3 Rem. Speichern das Ganze ab und sagen hier jetzt 100% und kopieren uns einfach mal diese Zeile hier runter. Zack. Und sagen, das geht jetzt genau in die andere Richtung mit 3. Das kopieren wir uns jetzt und gehen hier in unsere Loader-Bug-Klasse, sagen Animation, unseren Namen der Animation. Jetzt sagen wir, okay, wie lange soll das dauern? Wir sagen eine Sekunde und das Ganze soll natürlich unendlich laufen. Das speichern wir jetzt mal ab und ihr seht, das springt aber direkt wieder zurück. Das letzte Mal haben wir das so gelöst, dass wir eine endlos lange Schleife haben, aber ich möchte euch hier auch einen anderen Weg zeigen und zwar sage ich Alternate. Und das bedeutet, dass im Prinzip, wie ihr seht, das Ganze wieder zurückgeht. Was heißt, es jumpt so hin und her zwischen ich animiere zu 100% und dann automatisch wieder zurück zu 0. Das Ganze hier können wir uns jetzt einfach mal hier unten speichern bzw. zweimal einfügen und sagen jetzt hier 2 und 3 und ändern schlichtweg einfach nur die Attribute. Wir sagen jetzt hier 5 in beide Richtungen und hier unten sagen wir sogar 6 in beide Richtungen. Das nächste, was wir da machen können, ist, wir kopieren uns das, fügen das hier unten ein, nehmen das, fügen das hier unten ein, ändern natürlich hier die Namen und speichern das Ganze ab. Und jetzt seht ihr schon, das Ganze springt so hin und her und wir können jetzt hingehen und zum Beispiel hier 200 Millisekunden oder sagen wir mal 150 und hier unten sagen wir sogar 220 Millisekunden einfügen. Und das bedeutet schlichtweg, dass diese beiden Animationen hier unten jetzt zeitverzögert zur ersten Animation starten. Wir können aber auch hier beispielsweise sagen 550 Millisekunden und jetzt seht ihr schon, dass das Ganze sich ein anderes Bild bekommt. Hier heißt es, ihr müsst einfach ein bisschen ausprobieren, bis ihr hier das perfekte Gleichgewicht quasi erzeugt habt. Ihr könnt die natürlich auch hier unten alle gleichmäßig bewegen und immer dieselbe Animation verwechseln. Oder ihr könnt zum Beispiel auch hingehen, okay, ich will jetzt dem mittleren Balken beispielsweise Background, Color, Prime geben. Das heißt, ich gebe dem jetzt einfach die Farbe Prime, sodass in der Mitte noch meine Hauptfarbe ist. Das heißt, euch ist bei diesem Animationseffekt im Prinzip keine Grenze gesetzt. Ihr könnt auch hier wunderbar einfach noch viel mehr Balken nehmen, vielleicht auch Balken, die nebeneinander sind und dann so ein bisschen voneinander wegbouncen oder so etwas in der Richtung. Das heißt, ihr habt da quasi die freie Wahl, euren Loader zu perfektionieren. So, der dritte Loader ist quasi von allen der einfachste und der, ja in Klammern, am einfachsten umzusetzen ist. Und zwar brauchen wir nur einen Div-Container mit der Klasse Loader-3, wie alle. Und dann brauchen wir nur einen Div-Container mit Div.Loader-Circle. Mehr brauchen wir hier nicht. Wir brauchen nur einen einzigen Div-Container. Warum das der Fall ist, werde ich euch jetzt im Prinzip erklären. Und zwar speichern wir das erste erstmal ab und sagen jetzt, okay, wir haben hier wieder Loader 3. Der bekommt natürlich auch wieder unsere drei Attribute hier standardmäßig, dass alles schön zentriert ist innerhalb von dem Loader und sagen jetzt hier, okay, wir machen zusätzlich auch noch Flex-Direction-Column. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir keine mehreren Attribute haben. Wenn ihr aber beispielsweise Loading noch drunter schreiben wollt oder so, dann braucht ihr das. Das nächste, was wir brauchen, ist Punkt Loader-Circle. Hier sagen wir Width 10 Rem. Außerdem sagen wir Höhe 10 Rem. Beziehungsweise 10 ist ein bisschen groß, sagen wir mal 5. Und sagen jetzt hier unten, okay, wie machen wir jetzt diese Animation? Diese Animation ist kinderleicht. Und zwar machen wir das mit Border. In dem Fall sage ich jetzt einfach Border, Solid, 1 Rem, was heißt, sie soll durchgezogen und 1 Rem dick sein. Und ich sage jetzt hier, okay, Farbe 1, 2, 1, 8, 2, 1. Das ist von meiner Hintergrundfarbe ein etwas hellerer Ton, wie ihr hier seht, so ein Grauton. Und das ist jetzt einfach nur ein Viereck. Das Schöne ist, wir können jetzt mit Border minus Radius und 50% das Ganze in einen Kreis verwandeln. Ist schon mal nicht schlecht. 1 Rem ist ein bisschen dick, sagen wir mal 0,5. Allerdings, ja, wie machen wir jetzt, dass wir hier so einen orangenen Balken haben, der sich dreht? Und das Ganze ist kinderleicht. Und zwar sagen wir einfach nur Border, Minus und dann zum Beispiel Right. Sagen hier ebenfalls wieder Solid, 0,5 Rem und sagen hier, wir wollen Prime vergeben. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, wird einfach eine Kante quasi orange. Aber da die komplette Diffbox ein Ball ist, wird das so eine schöne abgewinkelte Kante. Das Schöne, was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr nur diesen Balken haben wollt, das machen wir gleich, könnt ihr den auch verschwinden lassen. Das werde ich gleich erklären. Allerdings, so haben wir jetzt unseren Ball, das schon ein bisschen aussieht wie so ein Overwatch-Logo. Muss ich mal beiläufig hier verlegen, fällt mir gerade auf. Und wir brauchen jetzt natürlich wieder eine Keyframe-Animation und sagen einfach nur Spin. Sagen 0%, da soll etwas passieren. Und zwar sagen wir Transform und sagen Rotate und sagen hier 0. Das nächste, was wir machen, ist bei 100%, sagen Transform, sagen hier Rotate und sagen hier 360 Degree. Speichern das Ganze ab, kopieren und spin, gehen hier oben rein, sagen wieder Animationen, vergeben unseren Namen, sagen das Ganze dauert zwei Sekunden und vergeben hier Infinite. Das Ganze speichere ich jetzt ab und habe hier eine Endless-Animation quasi. Kann hier natürlich auch Alternate vergeben, wenn ich möchte, dass es beispielsweise erst in eine Richtung sich animiert. Beziehungsweise das funktioniert, glaube ich, nur, wenn ich hier sowas mache wie 180 und wir sehen jetzt, es springt praktisch dahin und geht wieder zurück und geht wieder hin und geht wieder zurück. Oder ich sage hier 260, dann geht es noch ein bisschen höher und springt wieder zurück. Und das kann man halt wunderbar machen. Was heißt, diese Animation nachzubauen oder halt wie wir es gerade hatten mit 360 und ohne Alternate, funktioniert ziemlich gut. Man kann damit eine Menge Spaß haben. Und ich finde persönlich, das hier ist eine meiner Lieblingsanimationen, wenn es um so etwas wie Loading geht, weil es einfach simpel ist und man sie wirklich mit den passenden Farben oder vielleicht sogar einem kleinen Shadow oder sowas wirklich schön aussehen lassen kann. So, der letzte Loader ist ein bisschen eine Abwandlung von dem, den wir davor gebaut haben. Und so brauchen wir wieder einen Div-Container mit Loader minus 4 und sagen jetzt hier einen Div-Container mit Spinner. In diesem Spinner-Div-Container legen wir jetzt Div.Loader minus Circle 1 und kopieren uns das, zack, zack, zack und sagen hier noch 2 und 3. Was heißt, wir werden später drei in sich geschlossene Spinner haben quasi. So, was müssen wir jetzt machen in CSS, damit das wirklich funktioniert? Als erstes wieder wie immer Loader 4, sagen hier ebenfalls wieder wie hier oben, das Ganze soll sich natürlich schön zentrieren alles, dass wir das später wunderbar ausrichten können, sagen jetzt hier allerdings auch noch Position Relative und vergeben jetzt hier unten erstmal unsere Spinner-Klasse. Natürlich nicht mit einem Bindestrich, sondern mit einem Punkt und sagen jetzt hier, okay, wenn wir unsere Spinner-Klasse haben, geben wir Position Relative, geben wir Width 10 Rem, sagen wir Höhe, Heid 10 Rem und natürlich hier oben müssen wir jetzt Rele, komm, lass dich vergeben Relative, abspeichern und sagen jetzt hier Background Color. Einfach mal Red, damit wir was sehen und jetzt müssten wir theoretisch, wenn ich alles richtig gemacht habe, hier in der Mitte etwas sehen, sehe ich leider nicht, warum nicht, weil ich hier oben nur ein End vergeben habe, speichern wir ab. Jetzt sehen wir hier unser Viereck, was heißt, das funktioniert schon mal wunderbar. Was wir jetzt brauchen ist natürlich hier unsere Circle-Klasse, was heißt Loader Circle 1, zack, das Ganze soll natürlich genestet sein, damit es korrekt wiederzufinden ist und vergeben jetzt hier Position. Absolut. So, das nächste, was wir machen, ist Top 0, Left 0, das müssen wir später noch verändern, sagen Width 9 Rem, sagen Höhe 9 Rem, sagen Border minus Radius 50%, sagen hier Border minus Right ist Prime, ist, wie dick machen wir das, 0.3 Rem und sagen Solid. Jetzt haben wir hier schon eine Kugel, das ist jetzt nicht ganz gerade, was heißt, wenn ich das jetzt hier mal kurz auskommentiere, dann seht ihr, das ist wie so ein Halbmond, das könnte man jetzt natürlich auch super als Spinner benutzen. Ich finde das nicht so schön, ehrlich gesagt, deswegen gebe ich jetzt hier Border, einfach Solid, sage hier wieder 0.3 Rem, allerdings vergebe jetzt Second, also meine Hintergrundfarbe als Farbe und jetzt sehe ich im Prinzip nur diese eine Hälfte, weil meine, also die restliche Border quasi mit dem restlichen Hintergrund verschwindet. Das Ganze können wir jetzt quasi einfach mal ein bisschen besser anpassen, was heißt, wir haben ja neuen Width, wir wollen das Ganze aber perfekt ausrichten, deswegen sagen wir jetzt hier oben 0.5 Rem und sagen auch hier unten 0.5 Rem, damit unser Kreis direkt perfekt in der Mitte ist. Das Ganze sieht man auch, wenn wir das Ganze im Hintergrund haben, ist perfekt zentriert. Wir nehmen das hier jetzt und kopieren das hier einfach nur einmal rein und sagen jetzt, okay, wir machen das zweite ein bisschen kleiner, müssen das deswegen weiter in die Mitte zentrieren, sagen das Ganze ist nur 7 Rem groß und jetzt haben wir einen zweiten Kreis, der in der Mitte von dem anderen Kreis ist. Wir können jetzt das Ganze auch noch ein drittes Mal machen, zack, Loader Nummer 3, machen das hier rein, sagen jetzt hier 2, 2, sagen hier 5, 5, speichern das Ganze ab und haben jetzt drei Kreise. Wir können jetzt erstmal das Rot hier hinwegnehmen, damit man das sieht und haben jetzt dreimal diesen kleinen Spinner drunten und sagen jetzt hier, okay, zack, Keyframes, sagen hier wieder Spinner, bei 0% exakt wie gerade eben, Transform, Rotate, sagen hier 0, kopieren uns das Ganze jetzt, zack, machen das hier unten einmal rein, sagen hier 100 und hier unten sagen wir jetzt auch wieder 360 Degree, speichern das Ganze ab, es passiert natürlich noch nichts, weil wir müssen hier wieder unsere Animation vergeben mit dem Namen Spinner, diese dauert 1,5 Sekunden und hat 350 Millisekunden Versatz und geht natürlich unendlich. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab und ihr seht schon, der mittlere Kreis, also der in der Mitte dreht sich jetzt schon. Wir können jetzt hier oben noch reingehen und sagen, okay, das muss ein bisschen schneller starten quasi, sagen wir mal 200 Millisekunden, weil der Kreis an sich ja kleiner ist und damit ein bisschen schneller fertig, sage ich mal. Und hier oben soll das Ganze einfach ohne Verzögerung starten. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab und in dem Moment seht ihr hier schon, wir haben eine wunderbare Animation, das Ganze aktualisiere ich nochmal kurz. Jetzt haben wir hier nämlich wunderbar, dass die sich so ein bisschen verfolgen, was heißt, der hier in der Mitte startet am letzten, kommt aber relativ gleichzeitig an, sodass man so einen schönen Spiraleffekt hat. Das Ganze, wie ihr natürlich ahnt, kann man natürlich vervielfältigen. Wir können einmal hingehen und das alles auch vor allem mit einer Vorschleife automatisieren. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, schreibt das doch mal in die Videokommentare. Ansonsten können wir theoretisch unendlich viele Kreise machen, die auch gegeneinander drehen, was heißt einfach mal eine andere Richtung oder die Farbe verändern währenddessen noch. Was heißt, wir können auch zum Beispiel sagen, bei 50% soll die Background-Color einmal White werden. Speichern wir jetzt mal ab. Jetzt seht ihr schon, das Ganze blinkt. Ist natürlich vielleicht nicht ganz so schön, deswegen sagen wir jetzt mal Border-Color und animieren das. Aber wir haben hier im Prinzip immer nur Right animiert, was heißt, wir sagen jetzt Border-Right-Color und haben jetzt hier im Prinzip eine Animation drin, dass sich die Farben verändern. Was heißt, mit dieser CSS-Animationsfunktion kann man sehr einfach sehr coole Spinner bauen und deswegen kann ich nur empfehlen, damit einfach ein bisschen rumzuspielen und mit dem Code oder den Ideen einfach mal ein bisschen was zu machen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Probleme, Fragen, Kritik oder sowas habt unten in der Videobeschreibung, Discord, Twitter, Facebook, sagt einfach mal Hallo. Ansonsten könnt ihr diesen Channel unterstützen. Da findet ihr nämlich auch einen Link zu Amazon Affiliate bzw. zu anderen Affiliate-Partnern und natürlich zu YouTube-Membership, wo ihr im Prinzip einige Specials bekommt, wie ein Custom Distort tragen oder so etwas. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder.